Ich bin mir ein bisschen unsicher. Wie erscheinen die Teile? Ist das von uns abhängig, auf welcher Höhe die erscheinen? Okay, das hat auf jeden Fall nicht... Ich weiß nicht, wie wir da drankommen, Mann! Keine Ahnung. So, ich wollte den Pharao-Mann benutzen. Pharao-Mann! Oh! That's it! Oh! Ach so, es ist leer. Scheiße! Ach, es ist vorbei. Ich dachte, ich müsste jetzt noch weiter. Okay. Also Pharao-Mann war gegen den richtig gut. So. Sind wir jetzt schon bei dem W da unten? Oder machen wir inzwischen Stopp noch? Was soll mir das sagen? Gibt's da noch einen anderen Weg? Oder war das einfach nur, dass es da zwei Türen gab? Das macht auch keinen Sinn. Oh! Hier müssen wir, glaube ich, die Zeit anhalten. Wo kommen da jetzt die Strahlen? Das ist ein Energietank. Wie viel Leben haben wir denn? Eins. Beste Spielerin des Lebens! Geht doch. Ähm, was war das? Drill macht das kaputt, ne? Okay. Wir haben ihn bekommen. Es hat nur... Das... Der Ton hat gefehlt und da dachte ich, das wäre ein Fake. Hätte ja sein können, dass uns das Spiel ein bisschen verkackeiern will. Naja. Okay. Kann man machen, ne? Was ist... Warum kann man da runter? Und warum kann man da hoch? Ich geh erstmal hier hoch. Guck mal, was da ist. Hm. Ich geh erstmal hier oben weiter. Boah. Boah. Ei, 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 ei. Also wir haben auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, woanders hinzugehen. Ich bin die Frage, was bringt uns das? Ach komm, weg mich doch. Oh, Bacon! Oh, Bacon! Äh, nicht da hoch. Nochmal Bacon? Natürlich. Aber das ist ganz gut, dass man drunter hersliden... Natürlich kann man drunter hersliden, Julia. Was ist das? Das ist wahrscheinlich der andere Weg. Gehe ich mal von aus. Warum ist Bacon? Für ne Energie? Hm. Weiß ich nicht. Ein Leben haben wir. Ne, zwei. Achso, okay. Haben wir ja ein Leben bekommen. Haben wir ja alles richtig gemacht, oder? Auflade. Geht. Zumpel da oben. Und hier ist... Boss. Oh. Die nehmen wir doch gerne mit. So. Pharao ist allerdings leer. Ich glaube, ich warte mal. Ich guck mal, ob der vielleicht irgendwas nützliches fallen lässt hier. Eine kleine Energie. Hm. Mach ich hier noch drei, vorne drei und dann... Ne, ich glaub, die sind einfach dazu programmiert, dass die mir sowas nicht hergeben. Die geben nur Energie. Naja, da müssen wir ohne Pharao auskommen. Ich denk mal nicht, dass jetzt hier Pharao nochmal gefragt ist. Ähm. Ich nehm einfach mal Brightman. Ich probier's einfach mal aus. Vielleicht brauchen wir das ja hier. Oh. Das ist aber nicht Dr. Wily. Der ist doch anders aus. Das bringt nix. Und ich darf mich wieder nicht bewegen. Also ich darf mich schon bewegen, aber ich darf nicht ins Menü. Okay. Tausch. Interessiert den auch recht wenig. Da hab ich gesehen, dass da was kommt. Ja, ja, ja. Kleiner Mann. Das interessiert den auch nicht. Hm. Oh. Jetzt ist der Ring. Vorrein gesprungen. Und der Ring. Wo? Der Ring. Ich nehm. Töneh. Und der Ring. Ich dachte. Du viel. Allganzin. Du viel. Es geht. Joah! Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich den Energietank nehmen soll. Ähm, okay, also Ring funktioniert hier. Ring-Göning-Ging. Ja, jetzt gebt ihr sowas her, ne, ihr kleinen Dreckspisser. Ähm, versuch mal das. Also Ring hat auf jeden Fall was gebracht. Also es hat funktioniert, sagen wir mal so, aber gebracht hat es nicht wirklich viel. Und der wird auch mehrere, auf jeden Fall mehrere Stufen haben. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss. Also nicht fangen lassen, ich konnte ja sein, dass das auch noch irgendwas anderes bezweckt. Scheiße, Mann. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss. Ich muss den jetzt nehmen. Ähm, was hat das? Das tappen wir, ne? Okay, was passiert nun? Please Megaman, don't. Also bitte Megaman, nicht. Mein Vater ist nicht wirklich böse. Dr. Wiley hat... Warte mal. Dr. Wiley took me hostage and forced my father to... Äh, mein Vater... Ne, Dr. Wiley hat mich gefangen genommen und hat meinen Vater dazu gedrängt, gegen dich zu kämpfen. Bitte Megaman. Bitte Megaman. Ähm... 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 Verletze meinen Vater nicht mehr. Also... Also... Nicht noch mehr. Oh, Kalinka. Vater. Megaman, vergib mir. Du... Äh... Betrayed. Was ist das denn? Betrogen? Du hast mich betrogen, Protoman. Oder? Ich werde dich vernichten, Megaman. Hätte ich den Dings gar nicht nehmen müssen, siehst du mal. Scheiße. Krieg mir denn jetzt ein neues Passwort? Das wäre nice. Aber da haben wir Dr. Wiley auf jeden Fall. Die Arschkrampe. Weg ist er. Ah. Das ist in Newcastle. Schöpken neues Passwort. Schöpken neues Passwort. Schöpken neues Passwort. Hm. Jetzt müssen wir... Wir müssen hier erstmal jetzt gucken, was ist hier... Oh, ein Ding. Erstmal gucken, was es hier so gibt. Wie das Level aufgebaut ist. Auf jeden Fall mit Mi-Tools. Ganz vielen Mi-Tools. Sehr wilden Mi-Tools auf jeden Fall. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Kommst du hier runter? Nee, natürlich nicht. Die Hälfte Energie verloren, das Level hat noch nicht mal angefangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.